Um das Lampenrätsel zu lösen, müsst ihr zuerst zwei Lampen aus den jeweils gegenüberliegenden Ecken anzünden, dann die gute in der Mitte und zum Schluss noch die zwei anderen übrig gebliebenen jeweils aus den Ecken und die ganze Sache ist auch schon geschafft. Falls ihr euch irgendwie verheddert habt und nicht mehr wisst, wie ihr am besten anfangt damit, dann geht einfach aus dem Ereignisgebiet raus, am schnellsten natürlich mit einer Teleportation, dann seht ihr oben auch schon die Meteranzahl, sobald ihr dort das Ereignisgebiet verlasst, ist die ganze Quest zurückgesetzt, alle Lampen sind aus, ihr könnt nochmal von neuem beginnen. Wenn ihr Bock auf weiteren Diablo-Content habt, dann bleibt doch gern mit einem kostenlosen Abo dabei.